Musik Wolken ziehen über ein Seitental in Davos. Neben dem rauschenden Bach bereitet sich eine Patrouille auf die bevorstehende Übung vor. In verschiedenen Szenarien üben die Rundeführer, Spärer und Militärpolizisten den gemeinsamen Einsatz. Rundeführer bereit? Eine neue Erfahrung für alle Beteiligten. Es ist natürlich ein Kennenlernen auf allen Seiten, ein Verstehen von den einzelnen Drillen und Prozessen, die jeder anders in der RSK hat. Und da muss man ein bisschen kommunizieren, adaptieren und am Schluss einfach den Auftrag erfüllen können. Oberleutnant Ultramar ist Übungsleiter und bespricht den Einsatz mit der Truppe. Ihr Auftrag für heute? Objektschutz. Im ersten Szenario trifft die Patrouille auf eine kooperative Person. Höflich aber bestimmt verweist die Wache die Person vom Platz. Am Anfang ging es darum, den 99%-Fall abzudecken. Und der ist einfach überwachen, ohne dass irgendetwas passiert. Wieder kommt ein Funkspruch. Weiter hinten im Tal haben die Spärer eine verdächtige Person ausgemacht. Nach einem längeren Wortwechsel eskaliert die Situation. Halt, bleiben Sie da! Zufall, bleiben Sie da dran! Der Figurant ist unkooperativ und ergreift die Flucht. Abwarten! Die Patrouille leistet erste Hilfe, bis die Kantonspolizei eintrifft. Im Anschluss debrieft der Übungsleiter und holt sich bei den Teilnehmern Verbesserungsvorschläge ein. Das Fazit? Es gibt keine Musterlösung für alle möglichen Szenarien. Aber das oberste Gebot ist die Verhältnismässigkeit. Auf das sind wir sensibilisiert in der Militärpolizei. Und das werden wir auch in diesem Auftrag erfüllen können. Jusot von J Gramm M. vole OIT J fault ni Untertitelung des ZDF, 2020